heute gibt es ein richtig cooles pack das heute herausgekommen ist im mod hub und zwar da schauen wir uns natürlich ganz zum ende an bitte dranbleiben also bis zum ende damit ihr die geniale mod die heute gekommen ist nicht verpasst wir starten mit den updates und zwar kommt das erste update für die welker farms das ist die karte von mappers paradise download große 273,5 megabyte in der version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle plattformen der changelog sagt xml bugs gefixt sound bei händler und fällt drei gefixt leg arms house xml gefixt kleine bugs gefixt wenn ich mir diesen changelog angucke glaube ich nicht dass hier ein neuer spielstand von nöten ist wir kommen zum nächsten update und zwar kommt das für die karte usada von rajot gplay downloadgröße 349,35 megabyte jetzt in der version von 1.0.1.2 und ist für alle plattformen der changelog sagt verkehr wurde verbessert auch hier wird kein neuer spielstand erfordert die nächste karte die heute ein update bekommt ist die griffin indiana 22 von aj farmer downloadgröße 193,36 megabyte jetzt in der version von 1.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt sicheres update speichern dann wurden gefixt der zug kommt nicht an schwebende müll an der tankstelle behebung verschiedener visueller störungen änderung der spawn position von laden fahrzeugen durchdrehung um 90 grad beim autohaus änderung von farmland 97 damit es nach dem kauf verkauft werden kann gebühr für die zugmiete wurde auf 100 dollar pro stunde geändert änderung der preise für die einkaufsstation der versorgungsabteilung auf fünf prozent weniger als im laden gekaufte produkte hh milling und gew elevator buying station preise gesenkt damit sie dem maximalen verkaufspreis auf normalem schwierigkeitsgrad entsprechen änderung kollision am mast an der ecke main farm road und der east west county road entfernt änderung die massen wurde näher an den weißen zaun an der hauptfarm straße versetzt gülle zum kauf bei las uns animal dealer hinzugefügt hinzugefügt von zuckerrüben beim kauf bei gw elevator benutzerdefinierte werkstatt garage zum ladenbau modus hinzugefügt benutzerdefinierte beleuchtung hinzugefügt geräusche von green 19 hinzugefügt ich würde mal sagen hier ist ein neuer spielstand von nöten denn hier wurde auch einiges an der länder reihen und so weiter verändert das nächste update kommt für den versatile new holland vier wd traktoren vom bc bula downloadkursse 22,72 megabyte in der version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt neue genauere felgung für zwielings bereifung precision farming kompatibilität hinzugefügt verbessertes verhalten der gelenke der imt 5170 von utrushenje nevasni modera kriegt das nächste update downloadkursse 33,67 megabyte in der version jetzt von 1.0.0.1 und ist für pc und mac der changelog sagt leistung und masse korrigiert neue animationen hinzugefügt neue konfiguration für gewichte hinzugefügt dann kommen wir zum c tor 62 von smetti der das nächste update kriegt downloadkursse 16,75 megabyte jetzt in der version von 1.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt vorderachse neue kabine simple ic support das metropack von nikopix und nikodu 55 kriegt das nächste update downloadkursse 78,09 megabyte in der version jetzt von 1.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt hinzugefügt atlas 21 atlas 24 und normal map das nächste update kriegt der messi ferguson 8700 s von ls agrar ulle downloadkursse 16,5 2 megabyte in der version jetzt von 1.2.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt diverse anpassungen gemacht warntafeln klappbar gemacht spiegelposition angepasst dachoption hinzugefügt lenkrad animiert das vorletzte update kommt für den john 4755 von dominik downloadkursse 11,72 megabyte in der version jetzt von 1.0.1.1 und ist für alle plattformen der changelog sagt reifen ausgetauscht und da kommen wir zum letzten update für heute und zwar kommt das für den random dolly von eric isaac und agro mods downloadkursse 9,59 megabyte in der version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle plattformen der changelog sagt englische übersetzung korrigiert und damit kommen wir zu den neuen mods und zwar heißt die erste neue mod leser 55 3 x 1 von er michael downloadkursse 48,2 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen das ist dieser lkw hier der kommt mit einer standardmäßigen leistung von 210 ps hat eine tank vielmenge für diesel von 210 liter 60 liter def 90 km h ist die maximal geschwindigkeit das standardmäßige ladevolumen beträgt 13 m3 und das gefährt wiegt 10,4 tonnen und kostet 56.490 euro die kapazität kann geändert werden von 13 m3 auf 18 und 23 m3 und dann gibt es noch die 8 m3 version verkleidungskonfiguration betrifft hier das vorderteil gibt es sein 123 und zurück dann bei der dachauswahl gibt es niedriges dach und hohes dach reflektor band gibt es eines das ist dieses hier dann gibt es verschiedene spiegel konfiguration einmal spiegel 1 design 2 design 3 und zurück zu design 1 lenkrad konfiguration gibt es auch und zwar gibt es hier diese hier dann gibt es design 2 und zurück zu design 1 tür verkleidung gibt es auch und zwar betrifft das den innenraum design 1 und die seiten zwei scheibentönung gibt es auch wie sein 12 und zurück reifen varianten gibt es den stern denn stern 2 und den euro disk die hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser vintage fahrpalette hier und betrifft die kabine und die design farbe könnt ihr euch überlegen natürlich ist für den aufbau hinten die nächste neue mode heißt schon die 8000 series kommt von ja modding downloadkursse 28,39 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen das ist dieser traktor hier der kommt mit einer standardmäßigen leistung von 180 ps wird lastgeschaltet hat eine tank vielmenge für diesel von 125 liter 50 km h ist die maximale geschwindigkeit und sieben tonnen wiegt der der preis 80.000 euro die reifenhersteller können gewählt werden zwischen michelin continental mit hass bkt friedestein nokian tires und natürlich trelleborg dann gibt es eine optionale frontstandard dann gibt es die box von hydraulik achtung hier gibt es keine zapfwelle dann gewicht us gewicht eu und zurück zu standard die verglasung kann geändert werden von standard zu verglasung 1 verglasung 2 und sogar zu verglasung 3 das ist dann dieser blauton seitliche blinker gibt es ja oder nein macht wahrscheinlich nur sinn wenn man doppelbereifung drauf hat vordere kotflügel kann hinzugebaut werden ja oder nein halogen lichter können getauscht werden zu led licht in rekordflügel kann hinzugebaut werden ja oder nein für das gps kann das 6000 hinzugebaut werden rundum leuchten gibt es links rechts und beidseitig die motorenausführung da gibt es die 81 10er mit 180 ps die 82 10er mit 205 ps die 83 10er mit 227 ps dann haben wir noch die 84 10er mit 261 ps das war die konfigurationsmöglichkeiten zu diesem traktor hier eine sehr schöne sache wir kommen zum nr h fahrgassen brecher von j creative design downloadgröße 4,57 megabyte in der version von 1.0 und ist dadurch dass es eine marke ist natürlich nur für pc und mac die frage mich wie lange es dauert bis hier die lisa version kommt der fahrgassen breche kann genutzt werden um natürlich die fahrgasse zu lockern und natürlich auch eine spur zu machen wenn andere fahrzeuge darauf fahren sollen der wiegt 761 kilo braucht 150 ps das ist schon heftig zwei meter 60 ist die arbeitsbreite und die maximalgeschwindigkeit oder arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 12 km h der preis 7580 euro hier können die reifenhersteller gewählt werden zwischen bkt mittas und trelleborg der kuhn vb 2190 ist die nächste neue mod und zwar kommt diese von push cup downloadgröße 4,05 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen und zwar ist dies eine rundballen presse für ballen mit durchmesser von einem meter 25 bis einem meter 80 wiegt 2,6 tonnen braucht 68 ps arbeitsgeschwindigkeit 20 km h und kostet 56.000 euro die reifenhersteller kann gewählt werden zwischen bkt michelin friedestein und trellerborg die hauptfarbe kann gewählt werden aus der standardpalette und die felgenfarbe natürlich ebenso wir kommen gleich zu der nächsten rundballen presse und zwar heißt dieser roll welt 150 kommt von arcu da nur größte 4,65 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen dieser ballen presse hat wahrscheinend hier eine kammer von 4000 liter tank dann wiegt diese 3,4 tonnen braucht 70 ps arbeitsgeschwindigkeit 20 km h und presst rundballen im durchmesser von 125 cm der preis 49 1000 euro die reifenhersteller können gewählt werden zwischen bkt friedestein michelin und trellerborg damit kommen wir zum lizard d46 d47 pack dieses kommt von castan hydraulik downloadgröße 13,77 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen dieses park kommt mit diesen beiden anhängern wir schauen uns mal den d46 an der kommt mit einem ladevolumen von 4,2 m3 wiegt 3,1 tonne und kostet 5000 euro die kapazität kann erhöht werden auf 6700 dann gibt es hier eine zweite version davon dann gibt es verschiedene ballenwagen konfigurationen und zurück zu den 4200 reifenhersteller gibt es trailerborg und lizard reifen varianten gibt es pflege bereifung pflege reifung 2 und so weiter und standard die bordwand kann ausgetauscht werden von der gewählten zu einer flachen bordwand dann die hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser vintage farb palette hier und betrifft den aufsatz und die design farbe kann gewählt werden und betrifft natürlich das für gut die für gut kammer die felgenfarbe kann auch noch geändert werden aus derselben farb palette und damit haben wir hier auch schon alles gesehen und wir damit gehen wir auch schon zum d47 der ist ein bisschen größer ein bisschen höher hat auch dasselbe füllvolumen wiegt 3,5 tonnen und kostet 7000 euro alles andere haben schon gesehen die kapazitäten bleiben sich dieselben und auch die anderen konfigurationen wir kommen zum random canavero julieta und zwar kommt diese von eric isaac und agro mods die sind die momentan sehr sehr aktiv download kostet 13,67 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen dieser kommt in zwei ausführungen und zwar einmal der zwei achs zuckerrohr anhänger ausführung und einmal die drei achs ausführung die zwei achs ausführung hat ein ladevolumen von standardmäßigen 28 m3 wiegt 13 tonnen und kostet 40.000 euro hier haben wir die konfiguration die wir in den letzten tagen des öfteren gesehen haben die reifenhersteller und reifenvarianten haben ja schon des öfteren gesehen zusatz beleuchtung deko die kommt hier hinten unten hin das ist diese hier dann raddesign gibt es die mit radkappen mit radkappen und einmal mit luft und zurück zu neuen anhängerkupplung kann hinten noch hinzu gebaut werden so kann man zwei aneinander hängen hauptfarbe kann gewählt werden aus der bekannten sehr großen fahrpalette hier und dann die felgenfarbe natürlich kann aus derselben fahrpalette gewählt werden die drei achs ausführung die kommt mit einem ladevolumen von 35 m3 14,7 tonnen wie dieser und kostet 48.000 euro die einstellungsmöglichkeiten sind überall dieselben deswegen lassen wir das auch hierbei sein die nächste neue mod heißt schon die green system anhänger pack kommt von jd modding ark download größte 12,4 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen und zwar ist dieses ein großes pack an verschiedenen schneidewerks anhänger ich glaube ich gehe nicht jeden einzelnen durch wir schauen uns den größten an das ist diese hier 2,5 tonnen wiegt dieser kostet 12.000 euro design kann hier geändert werden ich weiß gar nicht was das daran ändert und die hauptfarbe kann gewählt werden zwischen dunkelgrau und dem john die grün die preise bewegen sich zwischen 7.500 und 12.000 euro das ist eigentlich alles zu diesen anhängern hier der stepdeck anhänger eml 21 kommt von ibm modding team download größe 16,66 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen ist dieser anhänger hier wiegt 6,7 tonnen und kostet 35.000 euro hier habe ich ein bisschen probleme hier das zu lesen weil ich glaube nicht dass das so sein sollte ich weiß nicht ob das ich der einzige bin testet es und wenn es bei euch auch so ist dann könnt ihr mir das gerne in die kommentare mit einschreiben konfiguration hier kann ich mir nur vorstellen dass es hier diese aufteilung hier ist das ist das hier kann hier noch etwas hinzu gebaut werden dann das zweite teil hier das sehe ich nicht was das betrifft also ich kann da leider nichts zu sagen dann die reifen varianten gibt es jetzt verschiedene versionen einmal mit einer box dann einmal weit auseinander gespreizt dann die box dazwischen eine drei achs version und zurück zu der standard die hauptfarbe kann gewählt werden aus der standard palette wir haben es auch schon die letzten tage gesehen also es kommt noch mal eine mod in dieser ähnlichen richtung und zwar heißt dieser random bitrem von eric isaac und agromoz natürlich dann noch größe 56,33 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieses in drei verschiedenen anhänger systemen einmal den sieben achs den neuen achs und der lange schildgut frachter der sieben achs dann schauen wir uns kurz an der kommt mit einem gesamt ladevolumen von 56 kubikmeter wiegt 12,9 tonnen und kostet 95.000 euro die kapazität kann erhöht werden und zwar betrifft das jeweils dieser elemente hier einmal von 28.000 zu 33.000 das heißt dann das gesamtvolumen liegt bei 66 kubikmeter ballenwagen ballenwagen gibt es die versionen die wir schon gesehen haben auch hier gehe ich jetzt diese einstellungsmöglichkeiten nicht durch das haben wir auch in den letzten tage des zu genüge gesehen falls nicht dann schaut euch doch die videos in der vergangenheit an die natürlich die farbe optionen die palette die kennen wir mittlerweile kotflügelfarbe können wir da ein bisschen so machen und ja das ist auf jeden fall diese eine version die neuen achs version kommt mit einem standard mäßigen ladevolumen von 66 kubikmeter wiegt 16,4 tonnen und kostet 110.500 euro die kapazität hier kann erhöht werden von 33.000 liter pro einheit auf 38.000 liter was dann ein gesamtvolumen von 76.000 liter ausmacht dann hier auch wieder die ballenwagen konfiguration und zurück natürlich dann kommen wir noch zum langen schuttgut frachter und der kommt mit einem gesamten ladevolumen von 90 kubikmeter wiegt 18,9 tonnen und kostet 139.000 euro hier bin ich ein bisschen verwirrt denn hier scheint die standard kapazität pro einheit bei 50.000 liter zu sein aber die kubikmeter anzahl die gesamte die bestimmt für mich hier nicht die kapazität kann erhöht werden auf 55.000 liter pro einheit und hier würde dann müsste dann eigentlich stehen 110.000 liter oder 110 kubikmeter alles andere aber überall schon gesehen deswegen also gehen wir es nicht nochmal durch dann kommen wir zu der nächsten neue mod und zwar heißt dieser schafstall dieser kommt von lenzi boy downloadgröße 11,67 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen ist natürlich zu finden im baumenü unter den tieren und natürlich die schafen das ist dieser schafstall hier kostenpunkt zum platzieren 98.000 euro unterhalb pro tag 150 euro die kapazität für diesen stahl ist bei 65 schafen und hier kann natürlich dieser auch betreten werden sieht sehr schön aus finde ich also nicht so klinisch sauber sondern ein bisschen ja überwachsen hier wird wird dann die wolle gespawnt und ja ein bisschen zekomaterial rundherum hervorragend und schön gemacht die nächste neue mod heißt platzierbare nachfüllt tanks von meffio fs downloadgröße 2,3 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen ist zu finden natürlich im baumenü unter gebäude und container gibt es vier verschiedene tanks einmal den saatgut tank für 8500 euro den mineral dünger tank mit 8500 euro preisschild dann flüssig dünger tank und den pflanzenschutz mittel tank jeweils 8500 euro kosten diese unterhalb pro tag 100 euro hier ist der hinweis ganz klar das befüllen an diesem tank ist teurer als das pflanzenschutzmittel auf einer palette zu kaufen also der preis ist teurer als wenn man diese als paletten kaufen würde ist natürlich ein bisschen so gedacht dass man hier quasi die lieferkosten auch mit bezahlt wenn man dies auf dem hof stehen hat und diese befüllt werden vom händler und damit kommen wir zu der letzten neuen mod und zwar habe ich die eingangs erwähnt die schauen wir uns ein bisschen im detail an nicht so detailliert denn ich müsste diese auch erst mal komplett aus testen aber wir schauen die uns ein bisschen genauer an das ist die plan et modulare bga dieser kommt von kastor vom deutsch schweizer agrarservice da nur größe 32,48 megabyte in der version von 1.0 und ist für alle plattformen so dieser ist zu finden natürlich unter produktion und fabriken und das fängt an hier mit den bunkern bunker klein mittel und groß preis zwischen 56.000 und 125.000 euro dann gibt es den fermenter 100 200 dann gibt es den 300 und den 400er fermenter preis liegt zwischen 165.000 und 355.000 euro dann gibt es hier den flüssig fermenter dann großer nachgärer 140 großer nachgärer 200 und den großen nachgärer 300.000 liter preis liegt zwischen 150.000 und 240.000 liter dann gibt es hier das zentrale gülle lager 65.000 euro und dann das zentrale gerestelager dann gibt es den generator da gibt es auch eine kleine eine mittlere und eine große version und zwar kostenpunkt zwischen 75.000 und 165.000 euro dann haben wir den methan verkaufsstelle das ist diese hier kostet 85.000 euro da wird das methan direkt verkauft dann methan lager kann methan natürlich gelagert werden und auch das fahrzeug kann entsprechend hier betankt werden 75.000 kostet diese und natürlich haben wir noch ein stromlager das ist dieses hier 95.000 euro und da kann der strom gelagert respektive auch verkauft werden des weiteren gibt es unter dekoration und sonstigen noch zwei kleine fackeln einmal die fackel klein und die fackel groß so das sind auf jeden fall mal diese elemente die dazu gehören also wir schauen jetzt uns mal ein bisschen an war wie das aufgebaut ist also wir haben den bunker da kommt rein silage mist und zuckerrüben schnitzel das ist standard das ist eigentlich so wie überall das ist das was mit reingebracht wird und daraus wird hergestellt fermenter silage fermenter mist und fermenter zuckerrüben schnitzel das heißt das wird dann verteilt auf verteilen gestellt und wird zum fermenter geschickt hier kann hergestellt werden eingehende güter werden hier sein fermenter silage fermenter gülle fermenter mist und fermenter zuckerrüben schnitzel daraus wird hergestellt einmal methan und einmal dieses symbol hier das sind fermenter gärreste das ist zum beispiel wenn man das aus silage macht wenn man das über nachgärer macht dann wenn man es über den gärreste macht kommt rein fermenter silage und dann wird hergestellt lager gärreste und natürlich methan dasselbe hier mit der gülle das heißt da kann man direkt befüllen lassen von diesem gülle lager direkt befüllen lassen fermenter gülle da wird hergestellt dann eben auch methan und natürlich fermenter g-reste dasselbe kann auch anders herum gemacht werden wenn man das nicht als fermenter g-reste haben will kann man als lager g-reste haben und die dann entsprechend weiter verwenden aus mist dasselbe kann man wählen welches man machen möchte einmal dass man fermenter g-reste bekommt oder einmal lager g-reste dasselbe für die zuckerrüben schnitzel und zwar einmal auch hier kann man machen entweder das als abfallprodukte fermenter g-reste oder lager g-reste entstehen der flüssige fermenter das ist klar da wird direkt beliefert aus dem gülle lager und zwar kommt natürlich daran gülle und dann wird das zu fermenter zu flüssig fermenter gülle diese wird dann natürlich verarbeitet zu methan und natürlich zur lager g-reste also wenn man es uns hier einmal das zentrale gülle lager angucken dann kommt da gülle rein und da wird hergestellt flüssig fermenter gülle und fermenter gülle das ist das was hier hergestellt wird das sind die beiden produkte die man herstellen kann dann der generator macht natürlich aus rohmethan macht dieser elektrische energie am großen generator kann natürlich methan hergestellt werden aus rohmethan dann kommen wir zum großen nachgärer das ist dann eine zweite stufe noch da wird dann fermenter g-reste genommen und daraus wird hergestellt methan und lager g-reste also wenn man fermenter g-reste herstellen will dann ist kann man diese noch weiter verarbeiten dann und dann kriegt man rohmethan und lager g-reste im methan lager wird dann umgebaut von rohmethan zu methan das natürlich auch beim methan verkauf beim stromlager natürlich wird rohmethan hergenommen und elektrische energie hergestellt am schluss kriegt man natürlich die lager g-reste die dann in g-reste natürlich wieder abgeholt werden kann und diese natürlich dann auf feld gebracht werden kann eine komplexe sache hier ich bin mir tatsächlich überlegen ein separates video morgen zu machen hierüber es ist sicher interessant hier die einzelnen elemente zu sehen wenn ihr euch erinnert ich habe doch auf diese argentine karte habe ich doch händeringend da oben gesucht dass ich meinen ganzen hof der autark betreiben kann das heißt rein aus dem methan was ich selbst herstelle und deswegen habe ich ja damals auch mit dem deutschweizer agra service kontakt aufgenommen die haben mir damals gesagt drei monate und zirka brauchten brauchen sie damit sie dieser bga umbauen werden oder können hat ein bisschen länger gedauert aber auf jeden fall ist sie hier ein enorm großes projekt hat er hier gemacht hat es super überlegt von den grundelementen dann zum endelement hat dann quasi diese zwischenstufen eingeschaltet sehr sehr clever gemacht ja das war es dann auch schon wieder die mods von heute ganz herzlichen dank fürs einschalten fürs dabei sein ich hoffe dir hat das video gefallen falls ja dann lass doch gerne deinen daumen da möchtest du keine weiteren videos dieser art verpassen dann hol dir doch das kostenfreie abo ab ich bedanke mich auf jeden fall ganz ganz herzlich nochmal beim castor beim deutsch schweizer agra service da kann man tatsächlich jetzt wieder ein projekt starten wo man am tag den verhof führt wo man im prinzip keine externe treibstoff mittel braucht wenn man die entsprechenden trakturen findet wo man die mit methan dann betreiben kann werden noch mal überlegen ein solches projekt zu starten aber auf jeden fall ganz ganz herzlichen dank an alle die damit gemacht haben um diese geniale mod zu machen und natürlich auch an euch die die hier zugeschaut haben möchtet ihr noch ein paar kommentare loswerden dann macht das im kommentarfeld ganz herzlichen dank ich wünsche euch eine wunderschöne abend danke tschüss und hasta luego